Und wieder wird das Bermuda-Dreieck um ein Rätsel reichen. Oh, Trevor, kommen Sie. Guten Morgen. Sie wollen doch nicht die Show versäumen. Wo ist Diana? Was haben Sie mit ihr gemacht? 6.000 Yards, Sir. Jetzt dürfen Sie erleben, wie Ihr Kreuzer mit einem Donnerschlag hochgeht. Hören Sie nicht, ich habe Sie was gefragt. Aktivieren Sie den Nuklearzünder. Ja, Sir. Den verhassten Gegner endlich zu besiegen bringt Vergnügen, 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 Vergnügen. Tja, so ist das Leben. Nero hat gespielt und Sie singen. Ja, aber Neros Welt war nur eine Stadt. Aber meine? Tja. Sie können eben nicht in großen Kategorien denken. 4.500 Yards, Sir. Langweilen Sie sich? Beschleunigen Sie die Fahrt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Na, wollen Sie in unser Gewinnerteam einsteigen? So was Dummes von Ihnen. Sie wählen das Verliererteam. Die Folgen werden für Sie sehr unangenehm werden, das verspreche ich Ihnen. Und jetzt zum Finale. Die Folgen werden für Sie sehr unangenehm werden. Die Folgen werden für Sie sehr unangenehm werden. Verdammt, das ist unmöglich. Das ist Wanderwomen. Das ist unmöglich! Unmöglich! Es ist aber möglich. Alles bleibt auf Gefechtsstation. Männer, wir gehen in Verteidigungsbereitschaft. Haltet es aus, solange ihr könnt. Dann befehle ich, Rückzug in die Boote. Wir treffen uns auf Basis 2. Das Spiel ist für Sie verloren, Manta. So, das denken Sie vielleicht. Ich bin nicht besiegt, noch lange nicht. Ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Es würde nur das Ende verlängern, aber das ist Ihre Sache. Eins werden Sie mir jetzt sagen. Haben Sie Diana erschossen oder lebt Sie? Das spielt keine Rolle mehr, weil spätestens in einer Stunde meine und Ihre Leute zusammen in der Hölle schmoren werden. Was sagen Sie nun? Dann wird hier alles in die Luft fliegen. Was soll dieser Blödsinn? Sehen Sie doch selbst. Sie haben einen Zeitzünder ausgelöst, der das Gebäude sprengt? Das Gebäude? Die ganze Insel. Ihre Marines werden landen und meine Jungs werden Sie eine Stunde lang beschäftigen. Bis... Ja, Manta. Ich glaube, wenn es ein anderer wäre, wäre ich überrascht. Verblüfft sogar. Aber zu Ihnen, da passt diese Unmenschlichkeit. Denken Sie etwa, ich lasse das Produkt machen?